Hey, schön euch zu sehen! Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zum Thema Leistung im Sportunterricht zeigen. Kommt mal mit! Erinnert ihr euch noch daran, wann ihr das letzte Mal Sport gemacht habt, ohne einen Leistungsgedanken zu verfolgen? Also ohne gewinnen zu wollen oder mit der Absicht, sich zu verbessern? Wenn die Antwort Nein ist, dann geht es euch wie den meisten. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt! Der Leistungsbegriff hat im Sport eine zentrale Rolle. Das lässt sich zunächst ganz einfach damit begründen, dass Handlungen in sportlichen Aktivitäten relativ einfach als Leistungen bewertet werden können, da die Kriterien und Regeln, die der Bewertung zugrunde liegen, im Vergleich zu anderen Aktivitäten leicht verständlich und vergleichbar sind. Dazu kommt die meist unmittelbare Rückmeldung über das Ergebnis. So ist beispielsweise das Gelingen eines Korbwurfes beim Basketball sofort und für alle ersichtlich. Auf diese Weise ist die eigene Leistung offensichtlich, aber es kann auch direkt zu einer sozialen Bewertung von außen kommen. Im Idealfall kann dies zu einer positiven Selbsteinschätzung führen, im ungünstigsten Fall zu einer Demotivation und Angst vor Misserfolgen. In der Schule und in unserem Fall dem Sportunterricht sollte deshalb sensibel mit dem Leistungsgedanken umgegangen werden, da der individuellen Leistungsentwicklung und Bereitschaft ein Leistungsdruck von außen gegenüber steht. Wichtig ist es daher, reflektiert mit dem Thema Leistung umzugehen. Aus einer pädagogischen Perspektive geht es darum, das Leisten zu erfahren, zu verstehen und einzuschätzen. Auch wenn der Vergleich der Leistungen nicht ganz ausgeschlossen werden kann und soll, sollte doch möglichst der individuelle Leistungsfortschritt vorrang vor dem sozialen Vergleich haben. Um zu verstehen, warum der Leistungsvergleich, der in unserem Leben immer allgegenwärtig ist, kritisch zu hinterfragen ist, sollten wir uns den Leistungsbegriff näher anschauen. Dazu werden wir im Folgenden erst einmal fünf zentrale Grundbegriffe zu diesem Thema klären. Die fünf Grundbegriffe, die ihr zum Thema Leistung kennen solltet, sind Leisten, Leistung, Erfolg, Wettkampf und Konkurrenz. Das Leisten ist der Prozess, also die Anstrengung, die über einen Zeitraum zur Erfüllung einer Aufgabe erbracht wird. Die Leistung ist das Ergebnis dieses Prozesses. Demnach wäre das Üben von Freiwürfen im Basketball ein Prozess des Leistens und das tatsächliche Treffen in einer Spielsituation die Leistung. Die Kriterien der Beurteilung einer Leistung können individuell oder gesellschaftlich bestimmt sein. Im Fall der individuellen Bezugsnormen können die Leistungen auf die Person selbst bezogen sein, wie zum Beispiel besser als beim letzten Mal sein. Im Fall der sozialen Bezugsnorm hingegen wird die Leistung auf andere Personen bezogen, zum Beispiel besser als die anderen sein. So kann es als gut aufgefasst werden, wenn eine Spielerin oder ein Spieler beim Basketball mehr Körbe erzielt als seine Mitspielerin oder sein Mitspieler. Oder aber es wird als gut aufgefasst, wenn mehr Körbe erzielt wurden als beim vorherigen Spiel. Diese Einschätzung ist auch maßgeblich für den Erfolg. Eine Leistung gilt im Sport oft nur dann als Erfolg, wenn sie von anderen anerkannt wird. Denn Erfolg ist die Anerkennung einer Leistung durch das soziale Umfeld bzw. die mit einer Leistung verbundenen Belohnung, also zum Beispiel der Applaus oder die Urkunde. Erst wenn ein Handlungsergebnis vom Umfeld gewürdigt wird, gewinnt die Leistung Bedeutung im Sinne eines Erfolges. Ob eine Leistung als Erfolg anerkannt wird, liegt damit nicht in der Hand des Individuums. So können zum Beispiel die drei Erstplatzierten bei Olympia im Eischnelllauf als erfolgreich gelten, während ihre Konkurrentin oder ihr Konkurrent die oder der nur wenige Millisekunden langsamer war und eine vergleichbare Leistung erbracht hat, mit dem vierten Platz und somit ohne eine Medaille als nicht so erfolgreich eingestuft wird. Vor diesem Hintergrund sind auch die Begriffe Wettkampf und Konkurrenz besser zu verstehen. Der Wettkampf ist eine spezielle Form des Leistens. Beim Wettkämpfen messen sich die Teilnehmenden freiwillig und nach vorher vereinbarten Regeln. Ein Wettkampf ist nur dann fair und wird als spannend empfunden, wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähnliche Voraussetzungen haben, der Ausgang ungewiss ist und somit alle gleiche Siegchancen haben. Entscheidend und motivierend ist also der Prozess des Leistens. Anders ist es bei der Konkurrenz, deren alleiniges Ziel im Überbieten der Konkurrentinnen und Konkurrenten liegt. Hierbei steht als Motivation das Produkt des Gewinnens im Vordergrund, was oftmals mit Erfolg, also einer Anerkennung von anderen, gleichgesetzt wird. Dieser Irrglaube führt zu einer Verwechslung von Leistung und Erfolg. Aus diesen Ausführungen lassen sich für die Leistung in der Schule und im Schulsport zwei Leistungsverständnisse voneinander abgrenzen. Der enge Leistungsbegriff und der weite Leistungsbegriff. Der enge Leistungsbegriff impliziert die Leistung als Produkt und den Zwang zum Erfolg, zum Beispiel bei Olympia. In etwas überspitzter Art und Weise findet dies im folgenden Satz seinen Ausdruck. Die oder der zweite ist bereits die erste Verliererin oder der erste Verlierer. So ist auch zu erklären, warum Doping ein Phänomen beim Leistungssport ist. Viel mehr als die Leistung zählt der Erfolg. Wir können deshalb eher von Erfolgssport als von Leistungssport sprechen. Nicht nur im Spitzensport. Dies ist jedoch nicht ausschließlich ein Phänomen des Sports. Der Sport ist nach Eckerbeckers ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, dieselbe Verwechslung von Leistung und Erfolg existiert auch in der Gesellschaft. Stichworte sind Kokain und Ritalin im Management oder Energydrinks im Alltag. In vielen Bereichen unseres Lebens haben wir eine Entwicklung von der Leistungsgesellschaft zur Erfolgsgesellschaft. Ein enger Leistungsbegriff, welcher sich am normierten Wettkampfsport orientiert, kann für die meisten Schülerinnen und Schüler demnach über das Erleben von Misserfolg im Extremfall Ausgrenzung und Missachtungserfahrungen bedeuten, da nur die erfolgreichen Anerkennung für ihre Leistung bekommen. Betrachtet wird ausschließlich die motorische Leistung und dies vorwiegend in normierten Sportarten. Für den Schulsport ist daher ein Weiterleistungsbegriff zu bevorzugen. Hier wird die Bewertung der individuellen Leistung nicht vom Vergleich mit anderen abhängig gemacht, sondern vom Fortschritt jedes Individuums. Statt sich ausschließlich oder vordergründig auf die Leistung oder gar den Erfolg zu fokussieren, wird sich viel mehr am Leisten orientiert und eine persönliche Verbesserung angestrebt. Außerdem werden Leistungen auch in alternativen Bewegungsformen berücksichtigt, wie zum Beispiel beim Thema Zirkus oder Theater. Ebenfalls fließen soziale Talente, wie beispielsweise Jugendliche, die ihren Mitschülerinnen und Mitschülern helfen und kognitive Leistungen und Reflexionsphasen in die Leistungsbewertung mit ein. Für die meisten Heranwachsenden ist diese Form des Leistens viel motivierender, da so alle die Möglichkeit haben, Anerkennung zu erfahren. Außerdem kann diese Art der Leistungsbeurteilung auch für die Persönlichkeitsentwicklung förderlich sein. Fassen wir zusammen. Leistung spielt in der Gesellschaft und im Sport eine zentrale Rolle und ist allgegenwärtig. Zum Leistungsthema lassen sich fünf wichtige Grundbegriffe festhalten. Leisten, Leistung, Wettkampf, Konkurrenz und Erfolg Leisten bezeichnet den Handlungsprozess und damit das Bemühen um die Bewältigung einer Aufgabe. Die Leistung zeigt das Ergebnis dieses Prozesses. Sie ist absichtsvoll und wird durch individuelle Fähigkeiten und Anstrengungen erreicht. Zudem wird sie durch Kriterien bewertet, die sich an der individuellen oder sozialen Norm orientieren. Ob die Leistung als Erfolg gewertet wird, hängt davon ab, ob sie Anerkennung von außen erhält. Oft werden Erfolg und Leistung verwechselt. Dabei wird die soziale Bezugsnorm, das heißt der Vergleich mit anderen, in den Vordergrund gerückt und nicht die individuelle Leistung. Der Wettkampf ist eine spezielle Form des Leistens. Beim Wettkampf vergleichen mehrere Kontrahentinnen und Kontrahenten ihre Fähigkeiten nach vorher festgelegten Regeln. Ein Wettkampf ist dann spannend, wenn der Ausgang ungewiss ist und alle gleiche Chancen haben. Bei der Konkurrenz geht es alleinig um das Überbieten der anderen. Hier steht ausschließlich der Sieg und damit das Produkt im Vordergrund. Betrachtet man Leistung im schulischen Feld, lassen sich zwei Leistungsverständnisse erkennen. Das enge und das weite Leistungsverständnis. Beim enge Leistungsverständnis erfolgt eine Orientierung am normierten Wettkampfsystem mit seinem Motto höher, schneller, weiter. Hierbei dominiert oft der soziale Vergleich, welcher für die meisten Schülerinnen und Schüler demotivierend wirken kann. Dagegen wird beim weiten Leistungsverständnis von einem weiten Sportbegriff ausgegangen. Hierbei werden auch alternative Bewegungsspiel- und Sportformen sowie alternative und soziale und kognitive Formen der Leistungserbringung ermöglicht, die über die sportmotorischen Kompetenzen hinausgehen. Es wird mehr auf den individuellen Fortschritt geachtet. Das ist für Anwachsenen oft motivierender. So, und nun bist du an der Reihe. Wann ist ein Wettkampf für dich spannend und wann bereitet er dir am meisten Freude?